Die Arbeitszeiten sind je nach Gastland unterschiedlich. In einigen Ländern gibt es dafür Regeln, in anderen nicht. Wenn es in deinem Wunschgastland keine Regelung dafür gibt, dann sollte deine wöchentliche Arbeitszeit 30 Stunden trotzdem nicht überschreiten. Das ist auch der ungefähre Stundensatz, der in den meisten Ländern gilt. Wenn es in deinem Wunschgastland keine Regelung dafür gibt, dann halt deine Arbeitszeiten am besten in einem Vertrag fest.